Hallo, herzlich willkommen zu Manuel am Abend, der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo, herzlich willkommen zu Manuel am Abend, der neuen Folge. Ja, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Neuer Abend, neues Glück. Heute hat's geregnet. Ja, ist nur ordentlich dunkel am Himmel, sagen wir mal so. Aber, meine Damen, Freunde, so ist das. Man kann es sich nicht mehr aussuchen. Ja, es war heute ziemlich regnerisch, gritterisch und so. Aber sonst, ja, war halt alles gut, meine Damen, Freunde. Ja, man muss dazu sagen, so ist das manchmal, ja. Bei dem, mit dem Wetter. Weil, ja, es war ziemlich windig, stimmig. Ja, der Sturm, da ging so ein bisschen. Aber, wenn ich, ab und zu mal. Okay, na? Ja, so ist es mal, meine Damen, Freunde. Wetter kann man sich nicht immer aussuchen. Okay, das Wetter ist eine Sache. Man kann es so sehen und so sehen. Nicht? Aber sonst? Abwarten. So ist es, meine Damen, meine Damen, Freunde. Ja. Ich würde sagen, das war's noch nicht ganz. Aber, ich denke mal, ich werde mich jetzt erst mal heute wieder von euch fangen, weil ich wollte heute nicht so spät kommen. Und, ja. Und, so ist es. Und wenn ihr in den Shorts vorbeischaut, dort gibt es auch noch was für euch. Und zwar, habe ich heute, während der Arbeit in der Pause, ein Video gemacht, wo ich Liegestütze mache. Ja, Liegestütze der anderen Art. Schaut es euch an, wenn ihr mögt. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder hier zum Abend haben. Also macht's gut und ciao.